Musik Der Naturpark Ötscher. 170 Quadratkilometer unberührte Natur mitten in Niederösterreich bietet die idealen Bedingungen für Heidrun Singers Imkerei. Seit über 50 Jahren produziert der Familienbetrieb den Ötscher Honig. Ein reines Naturprodukt, in dem sich die ganze Vielfalt der Landschaft spiegelt. Ich bin in einem Familienbetrieb, in einer Berufsimkerei aufgewachsen. Und es waren die Bienen eigentlich unsere normalen Haustiere. Und meinen ersten Bienenstock habe ich bekommen, da war ich so zwei Jahre alt. Heute arbeitet Heidrun Singer mit 500 Bienenvölkern. Ein Volk, das sind etwa 60.000 Bienen, produziert im Jahr 15 Kilo Honig, die entnommen werden können. Um sich selbst zu ernähren, braucht ein Bienenstock weitere 60 Kilo Honig im Jahr. Das heißt, es steckt unheimlich viel Arbeit dahinter. Und wenn man sich vorstellt, so ein Kilogramm Honig, damit die Bienen das sammeln können, müssen sie fast viermal rund um die Erde fliegen. Der Ötscher Honig wird nur einmal im Jahr geschleudert. Und jeder Jahrgang ist ein Unikat. Ich habe von der Frühjahrsblüte über den Wald bis zur Alpenflora alles drinnen. Und es schmeckt auch dieser Jahrgangshonig jedes Jahr ein bisschen anders, je nachdem, was die Bienen an Trachtangebot finden. Bienen und der Naturpark. Das ist eine perfekte Symbiose. Die Bienen profitieren von der Vielfalt der Natur und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser Vielfalt. Imkerei bedeutet nicht bloß Honigproduktion, sondern ist gelebter Naturschutz zum Wohle der Allgemeinheit. Biodiversität ohne Bienen ist nicht vorstellbar. 80 Prozent der Kultur- und Nutzpflanzen werden von unseren Bienen bestäubt. Und man muss sich vorstellen, die Biene ist so ein kleines Zwutschgerl und ist das drittwichtigste Nutztier. Es gibt mir eigentlich die Befriedigung, die ich möchte. Geistige Arbeit ist schön, aber wenn ich am Abend tot mit ins Bett fahre und weiß, die Hände haben etwas gemacht, ist es für mich einfach erfüllender. Produkte aus Ihrer Region. Jetzt im Regionalregal bei BILA. Vor Gerald Pflügelmeiers Hof im oberösterreichischen Fraham blüht ein Bauerngarten wie aus dem Bilderbuch. Große Photovoltaikanlagen auf dem Dach bilden einen deutlichen Kontrast und machen klar, hier wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Gerald Pflügelmeier produziert die Bio-Reginale, eingelegtes Gemüse aus biologischer Landwirtschaft. Im Bioanbau ist die Fruchtfolge sehr wichtig, damit das Gemüse aus der Fruchtfolge heraus mit Nährstoffen versorgt werden kann. Das heißt, bevor wir Gemüse kultivieren, wird im Vorjahr eine Pferdebohne oder ein Kleegross anbaut, damit wir beim Gemüse nur noch gering viel nachbessern müssen mit der Trennung. Das schont den Boden und die Umwelt. Die Ernte ist Handarbeit. Pflügelmeier bewirtschaftet seine Felder mit bis zu 35 Erntehelfern, die dann auch in der Produktion mitarbeiten. Das Gemüse wird von Hand gewaschen, zerkleinert, in Gläser gefüllt und mit heißen Gewürzessenzen aufgegossen. Das Rezept kommt ursprünglich von meiner Mutter, von der Peppi und ich bin irgendwann draufgekommen, dass die Sachen, die es zum Kaufen gibt, alle nicht zu schmecken. Und daher war dann auch die Idee, diesen Geschmack zu vermarkten. Die für die Produktion benötigte Energie erzeugt Pflügelmeier fast zur Gänze selbst. Worauf ich besonders stolz bin, ist unsere Solarpastür. Mit einer 80 Quadratmeter großen Solaranlage wird ein Puffenspeicher aufgeheizt auf 95 Grad, von dem wiederum die Pasteurwannen beheißt werden. Und mit 85 Grad Wassertemperatur werden dann die Gläser eine halbe Stunde erhitzt und sind dann haltbar gemacht. Damit sind Pflügelmeiers Produkte die rundum nachhaltige Variante eines oberösterreichischen Klassikers. Das Einlegen von Gemüse und Essig ist bei uns in Oberösterreich sehr traditionsreich. Einerseits geht es darum, dass man ursprünglich versucht hat, Gemüse, das im Sommer überschüssig war, für den Winter zu konservieren. Heute geht es vorwiegend um das Geschmackserlebnis, das man damit verwendet, wenn man Essiggurken oder Senfgurken oder Pfeffer an die aus einem Glas rausnägt. Produkte aus Ihrer Region. Jetzt im Regionalregal bei Billa. Es ist Zeit für bessere Nudeln. Das ist das Motto von Leopold Holzmann, der mitten im Mühlviertel einen Hühnerhof in einen erfolgreichen Teigwarenproduktionsbetrieb verwandelt hat. Holzmann produziert 3000 Kilo Teigwaren pro Woche und verwendet dabei ausschließlich eigene oder in der Region zugekaufte Produkte. Bei der Nudelproduktion ist unser Hauptaugenmerk auf Qualität. Das heißt, wir erzeugen ausschließlich sechs Eier Teigwaren. Das heißt, pro Kilogramm Grieß sind eben sechs Eier drinnen. Die Eier kommen ausschließlich aus dem eigenen Betrieb, werden bei unserem Betrieb aufgeschlagen, pasteurisiert und kommen dann zusammen mit dem Durumweizengrieß in den Kneter. Mit der Entwicklung vom Hühnerhof zum Lebensmittelerzeuger schafft Holzmann sechs Arbeitsplätze in einer schwierigen Region. Und er hat seinen Hof in einen energieautarken Musterbetrieb verwandelt. Ein weiterer Schwerpunkt bei uns ist die Energieversorgung am Betrieb. Wir legen besonders darauf Wert, dass wir energieautark wirtschaften. Das heißt, mittels hauseigener Biogasanlage wird eben der anfallende Hühnermist zu Strom und Wärme umgewandelt. Auf dem Hof wird alles verwendet. Die entstehende Wärme dient zur Trocknung der frischen Teigwaren, der erzeugte Strom deckt den Energiebedarf des Hofes und die Überschüsse werden sogar noch als Ökostrom in das lokale Netz eingespeist. Holzmanns Markenzeichen sind aber die sechs Eier und er schwört darauf, dass man sie schmeckt. Dadurch, dass in unseren Teigwaren sechs Eier pro Kilogramm verarbeitet werden, zeichnet sie aus, dass sie beim Kochen etwas mehr aufgehen. Dass sie bissfester sind, sprich al dente. Produkte aus Ihrer Region. Jetzt im Regionalregal bei Billa. Sie sind das Wahrzeichen des Pilachtals. Dirndln sind hier nicht nur Mädchen und Kleider, sondern vor allem kleine, rote, kirchenähnliche Früchte. Im Pilachtal wachsen über 10.000 wilde Dirndlsträucher. Einige davon sind schon bis zu 500 Jahre alt. Die Dirndlernte ist Handarbeit. Die reifen Früchte entfalten erst dann ihren leicht herben Geschmack, wenn sie von selbst abfallen. Melanie und Josef Fuchssteiner sind die junge Generation einer Dirndl-Dynastie. Auf ihrem Hof produzieren sie Dirndlmarmelade, Saft, Senf, Dirndl-Schnitten und den Original-Pilachtaler Dirndlbrand. Ich komme aus der Gegend, bin eigentlich nur fünf Minuten vom Hof Fuchssteiner entfernt gewesen und habe den Josef, den Junior, dann kennen und lieben gelernt. Der hat den besten Mädchen gehabt aus der ganzen Umgebung und so haben wir sie immer angepirscht. Die Dirndlverarbeitung ist schon seit langem eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle für die Milchbauern. Unsere Urgroßväter haben das eigentlich schon praktiziert. Da haben sie mir auf unserem Hof, haben sie da schon Gedanken gemacht, alte Obstsorten zu Kostbarkeiten zu veredeln. Und da hat der Schwiegervater schon vor 50 Jahren mit dem Bugelkorb und mit dem Moped nach Mariazell Obst verkauft. Und mit diesem Geld hat man sich dann wieder was dazu verdienen können. Dirndl-Produkte sind reine Naturprodukte aus unbehandelten Wildfrüchten und damit heute schon eine Seltenheit. Auch in der Verarbeitung werden möglichst wenig zusätzliche Stoffe verwendet, um den wilden Charakter der Dirndln zu erhalten. Und so verkörpern wir eigentlich das, was wir immer schon gemacht haben, aus Leidenschaft, aus kleinen Früchten etwas Kostbares zu machen. Und natürlich das noch von innen nach außen zu spüren, ist natürlich ganz was Tolles, wenn man sich mit sowas beschäftigen darf und sowas Kostbares aus Mutternatur veredeln darf. Produkte aus ihrer Region. Jetzt im Regionalregal bei Billa. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.